Als ich 2001 in einem Callcenter in Kiel angefangen habe, da habe ich meinen damaligen Chef gefragt, Heiko, was muss ich denn machen, damit ich hier das meiste Geld verdiene? Und Heiko meinte dann zu mir, Uwe, mach ganz einfach Cross- und Upselling. Und damals habe ich dann Heiko ganz komisch angeguckt, große Augen wahrscheinlich gehabt, weil ich überhaupt nicht wusste, was Cross- und Upselling ist. Und um es auf den Punkt zu bringen, heute weiß ich, damals habe ich es auch relativ schnell gelernt, Cross- und Upselling ist die einfachste Methode, wie du deinen Umsatz um 20, 30, 40, 50, sogar manchmal um 100% steigern kannst, wenn du Zusatzprodukte oder hochwertigere Produkte anbietest. Doch es gibt noch weitere Gründe, warum du Cross- und Upselling betreiben solltest, außer jetzt Geld zu verdienen, denn es hat auch weitere Vorteile für dich, deinen Kunden und deine Firma. Und welche das sind, das schauen wir uns jetzt einmal an. Lass uns jetzt aber erst mal klären, was ist der Unterschied zwischen Cross- und Upselling. Cross-Selling ist, wenn du deinem Kunden ein zusätzliches Produkt verkaufst. Und Upselling ist, wenn du deinem Kunden ein hochwertigeres Produkt verkaufst, als das, das er eigentlich wollte. Ich mache dir mal ein Beispiel. Angenommen, dein Kunde kauft bei dir ein Laptop und du bietest ihm zusätzlich noch ein Headset an. Das wäre ein klassisches Cross-Selling. Es kann aber auch sein, dass das was völlig Branchenfremdes ist. Das heißt, das haben wir damals gemacht. Ich habe Handyverträge verkauft und meinem Kunden zusätzlich eine Zeitschrift angeboten. Also das eine hatte mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Auch ein klassisches Beispiel, was du aus dem Alltag heute kennst, denn heute macht das so ziemlich jeder Cross-Selling, ist, wenn du an die Tankstelle gehst, dein Auto voll tankst und dir der Mitarbeiter an der Kasse dann noch einen Kaffee anbietet. Der Kaffee hat relativ wenig mit Benzin zu tun. Das ist ein zusätzliches Produkt, also ein klassisches Cross-Selling. Oder aber, da liegen Schokoriegel und der Verkäufer spricht dich darauf an, möchten Sie noch hier heute im Angebot zwei Schokoriegel zum Preis von einem. Das wäre auch ein klassisches Cross-Selling. Oder in der Fast-Food-Kette möchten Sie noch Ketchup, Mayo dazu. Daher kennst du das vermutlich auch. Bei Upselling sieht es folgendermaßen aus. Zum Beispiel wieder, du bietest deinem Kunden einen hochwertigeren Computer an als den, den der Kunde ursprünglich wollte. So, als Beispiel, dein Kunde ruft dich an oder kommt bei dir in den Laden und sagt, ich möchte gerne dieses Laptop haben. Dann schaust du, alles klar, okay, das kostet meinetwegen 599 Euro. Ein günstiges Laptop. Und dann weißt du, ey, ich habe noch einen besseren Computer hier stehen. Vielleicht möchte der Kunde einen größeren Bildschirm. Das klärst du dann im Kundengespräch. Und danach bietest du dem Kunden zum Beispiel nicht das Laptop an, sondern ein, ja, meinetwegen ein iMac. Jetzt muss ich doch ein bisschen Werbung machen. Wo dann schon der Computer quasi mit verbaut ist. Das wäre ein klassisches Upselling. Das heißt, immer ein hochwertigeres Produkt anbieten als das, was der Kunde eigentlich wollte. Somit steigerst du direkt deinen Umsatz. Also, nochmal, kurz zur Wiederholung. Crossselling ist, du verkaufst ein zusätzliches Produkt. Upselling ist, du verkaufst ein hochwertigeres Produkt, als dein Kunde möchte. Jetzt gibt es noch eine andere Kombination. Und zwar kannst du beides auch kombinieren. Als Beispiel, du machst Crossselling und Upselling. Das bedeutet, du bietest deinem Kunden nicht nur einen hochwertigeren Computer an, sondern verkaufst ihm dann auch noch ein Headset dazu, das er eigentlich ursprünglich gar nicht wollte. Das ist ein kombiniertes Cross- und Upselling. Und damit steigerst du deinen Umsatz natürlich nochmal deutlicher. Jetzt sagst du dir vielleicht, Uwe, ja, aber wenn der Kunde dann komplett abspringt, weil er vielleicht überlegen muss oder weil er vielleicht nicht so viel Budget eingeplant hatte und so weiter, dann riskiere ich ja meinen Hauptvertrag quasi. Der Kunde kommt mit einem Kaufwunsch in den Laden, möchte einen Laptop haben, ich biete ihm einen hochwertigen Computer an und noch ein Headset und dann ist er auf einmal überfordert. Das musst du natürlich klären im Verkaufsgespräch, ob der Kunde bereit ist, ein bisschen mehr Geld auszugeben, wenn es denn etwas Besseres gibt. Und der Hauptgrund, warum viele Verkäuferinnen und Verkäufer kein Cross- und Upselling betreiben, das ist folgende, oder es sind mehrere Gründe, es gibt mehrere Hindernisse. Der erste Grund ist Angst vor Ablehnung. Der zweite Grund ist Angst, dass der Kunde das Hauptprodukt dann auch nicht nimmt. Oder aber denken viele Verkäuferinnen und Verkäufer, sie würden dem Kunden was aufschwatzen. und ja, was auch zur Wahrheit gehört, ist Bequemlichkeit, also Faulheit. Ich mache es einfach nicht, weil ich keine Lust darauf habe. Jetzt haben wir folgende Situation. Wenn du Angst davor hast, dass dein Kunde dieses Produkt dann ablehnt, dann kann das ein echtes Hindernis sein. Das ist ungefähr so, als wenn du in der Disco oder im Club auch keine fremden Menschen ansprichst, keine Frau ansprichst, keinen Mann ansprichst, weil du Angst davor hast, dass du einen Korb bekommst. Und das solltest du nicht tun, weil sonst gehst du immer alleine nach Hause. Sonst findest du den Partner fürs Leben, für kürze oder auch für ganz kurz nur sehr schwer. Es sei denn, dass dich jemand anspricht. Und wenn du aktiv auf andere Menschen zugehst und dann auch jetzt in dem Fall im Verkauf Zusatzprodukte anbietest oder auch ein Hauptprodukt anbietest plus nochmal ein Upselling machst, also ein hochwertigeres Produkt anbietest, dann wirst du immer mehr Erfolg damit haben. Du wirst immer mehr am Ende des Tages Geld verdienen als andere. Und natürlich werden da auch Menschen dabei sein, die dein Angebot ablehnen. Das gehört nun mal dazu. Verkaufspsychologisch hat das aber sogar einen Vorteil. Wenn ein Kunde auch einen Teil deines Angebotes ablehnt, dann hat er ein besseres Kauferlebnis, weil er das Gefühl hat, er hat nur das gekauft, was er auch wirklich wollte. Und die Angst, dass dein Kunde das Hauptprodukt vielleicht nicht nehmen könnte, die ist relativ unberechtigt, weil du im Verkaufsgespräch einmal rausfinden solltest, wie viel ist der Kunde vielleicht bereit, noch mehr auszugeben. Möchte er vielleicht sogar ein besseres Produkt haben, wenn es eines gibt? Das kann nämlich auch sein, dass wenn du dieses Produkt nicht anbietest und der Kunde jetzt meinetwegen mit einem älteren Handy-Modell oder mit irgendwas anderem Älteren nach Hause geht und sieht dann, ey, da gibt es schon ein Nachfolgemodell, warum hat er mir das nicht angeboten? Dann kann es sein, der kommt zurück, gibt das Handy wieder ab und sagt, ich habe das bei Firma so und so gesehen, da gibt es ja schon ein Neueres, kostet nur 100 Euro mehr, ich nehme dann lieber gleich das Neuere. Ja, dann hat der andere Verkäufer das Geschäft gemacht und das sollte dir relativ selten passieren. Und wenn du denkst, dass du dem Kunden etwas aufschwatzt, da kommen wir im späteren Verlauf noch dazu, dann kannst du das ja im Prinzip auch aus deinem Hindernissenkatalog streichen, denn Kunden sind einmal gewohnt, dass man ihnen nochmal etwas anbietet und es ist auch relativ unüblich, dass ein Kunde nichts angeboten bekommt, wenn er irgendwo was kaufen möchte, weil nochmal, mittlerweile findet das fast überall statt, also Tankstelle und so weiter und so fort. Wir schauen uns gleich noch an, wer alles Cross- und Upselling betreibt. Also wenn du, selbst wenn du Versicherungen verkaufst oder in der Bank arbeitest oder was auch immer machst, Cross- und Upselling sollte immer dazugehören, deine Ansprachequote sollte immer nahezu 100 Prozent sein, denn dein Kunde nochmal ist alt genug, um das zu entscheiden. Und wenn du zu bequem bist, zu faul, um es ganz offen zu sagen, Cross- und Upselling anzubieten, dann hast du im Verkauf nichts zu suchen, dann bist du tatsächlich ein schlechter Kundenberater an der Stelle, das muss ich leider so offen sagen, weil du dann deinen Kunden bevormundest, weil du dann für deinen Kunden mitentscheidest und ihm quasi etwas vorenthältst, was er vielleicht gerne hätte, was vielleicht sein Bedürfnis besser stillt, was seinen Wunsch erfüllt oder vielleicht sogar irgendein Problem löst. Also nochmal, biete Cross- und Upselling, sofern du das machen kannst, immer deinem Kunden an. Ja, es werden nicht alle Ja dazu sagen, das ist völlig normal, aber dein Kunde darf selber entscheiden, ob er das möchte. So, jetzt weißt du, was der Unterschied zwischen Cross- und Upselling ist und welche Hindernisse es auch gibt. Und ich möchte dir gerne auch nochmal ein paar Statistiken mit auf den Weg geben, die dir dabei helfen, in Zukunft vielleicht häufiger mal deinen Kunden auf Zusatz- oder hochwertigere Produkte anzusprechen. Und zwar ist es belegt, dass circa 30 Prozent ungefähr nicht mehr Geld ausgeben wollen, wenn sie sich irgendwie etwas Neues anschaffen wollen. Also 30 Prozent der Menschen sagen, nee, ich möchte genau dieses Produkt haben. Und 70 Prozent, und das ist doch eine deutliche Zahl, sind bereit, mehr Geld auszugeben, wenn das Produkt oder die Dienstleistung zu den eigenen Wünschen passt. Was bedeutet das? Also die Mehrzahl der Menschen, die würde gerne mehr Geld ausgeben, wenn sie dadurch einen echten Vorteil hat oder einen Nutzen. Wenn du zum Beispiel ein Problem löst, einen Wunsch erfüllst, ein Bedürfnis stillst, was es auch immer ist, dann ist dein Kunde bereit, mehr Geld auszugeben, wenn du ihm das klar machst. Und da sind wir beim Thema Verkaufen. Das bedeutet, sprich immer auch ein hochwertigeres Produkt an. Die Chance, dass dein Kunde Ja dazu sagt, die ist relativ hoch. Und es kommt sogar noch besser. Wenn wir uns mal in den Online-Bereich begeben, da sind 55 Prozent aller Bestellungen im Internet ohne Cross- und Upselling, abgekürzt mit XS oder US. Und etwa 10 Prozent aller Online-Bestellungen, also in den ganz regulären Online-Shops, die du so kennst, beinhalten ein Cross- und Upselling. Das heißt, dort bieten die Unternehmen ein Zusatzprodukt oder ein hochwertigeres Produkt an. Und wer das besonders gut macht, das ist die Firma Amazon. Denn bei denen liegt der Anteil an Cross- und Upselling bei 35 Prozent. Und es ist sogar jetzt wieder ein Stück gestiegen, sind noch nicht die ganz aktuellen Zahlen. Warum ist das bei Amazon so? Du kannst bei Amazon, wenn du was bestellst, ich möchte jetzt keine Schleichwerbung machen, aber viele andere machen das jetzt mittlerweile auch schon. Warum? Weil es klug ist. Kannst du, wenn du was kaufst, dann steht immer unten drunter, Kunden kauften auch. Und jetzt so langsam aber sicher kommen die anderen Online-Händler auch dahinter, dass man vielleicht dem Kunden auch mal ein Zusatzprodukt anbietet oder vielleicht sogar ein hochwertigeres Produkt. Wenn ich zum Beispiel einen Mietwagen buche, dann wird mir immer angezeigt, das machen Sie jetzt schon seit ein, zwei Jahren oder es ist mir aufgefallen seit ein, zwei Jahren, dass ich, wenn ich einen Wagen buche, am Ende des Bestellprozesses dann einen Hinweis bekomme, für nur fünf Euro mehr am Tag bekommen Sie dieses und jenes Auto. Das ist tatsächlich ein klassisches Upselling. Das heißt, der Anbieter der Mietwagenzentrale bietet mir an, ein hochwertigeres Fahrzeug zu bekommen, wenn ich bereit bin, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und deswegen ist es wichtig, wenn im Online-Bereich, wenn du vielleicht auch im Online-Bereich mal irgendwann tätig bist, dass dann dein Kunde immer die Chance hat, irgendetwas Zusätzliches zu kaufen, weil du damit einfach mehr Umsatz machst. Jetzt, da du diese Zahlen kennst, weißt du, dass eine Mehrheit der Menschen bereit ist, auch mehr Geld auszugeben, wenn das Angebot passt. Also nochmal, Ansprachequote sollte nahezu bei 100% liegen, weil Mietwagenzentrale, die machen das bei jedem. Jeder Kunde, der ein Auto mietet, es sei denn, er kauft sich schon das Beste, was es gibt. Aber das ist wahrscheinlich nicht immer der Fall, wahrscheinlich eher gering. Also liegt es bei nahezu 100% Ansprachequote. Und genau das solltest du auch tun, egal was du anbietest. Sprich deinen Kunden auf Zusatzprodukte an, sprich deinen Kunden auf hochwertigere Produkte an. Und warum du das noch tun solltest, das schauen wir uns jetzt an. Ich wünsche dir viel Spaß und bis gleich. Dein Uwe. Ich wünsche dir viel Spaß und bis gleich.